Wie eine Knieverstauchung behandeln Ein Knieverstauchung ist eine Verletzung der Bänder im Knie, die die Zehen, elastischen artige Bänder im Knie sind, dass ihre Knochen zusammen und halten die Gelenke an Ort und Stelle zu verbinden. Eine Verstauchung können viele der Bänder im Knie beeinflussen, indem die Fasern des Gewebes zureißen, die in der Regel Schmerzen, Schwellung verursacht und Quetschungen. Wenn sie mit einem Knieverstauchung diagnostiziert wurde, können sie ein paar einfachen Schritten folgen, sobald wie möglich zu erholen. Im Anschluss an die PRICE Methode Schützen Sie Ihre Knie Sobald Sie Ihre Knie verletzen, müssen Sie es vor weiterem Schaden zu schützen. Wenn die Verstauchung passiert, nicht weiter das Knie zu bewegen oder die Aktivität führen Sie an einer Teilnahme haben, als Sie es verletzt. Dies wird nur Ihre Verstauchung verursachen schlimmer. Wenn möglich, setzen sofort nach unten und Druck nehmen von Ihrem Knie. Wenn Sie an einem öffentlichen Ort sind, haben jemand Sie zum Arzt erhalten helfen. Sie brauchen nicht zu viel auf dem Knie zu gehen, bis Sie beurteilen, wie schlecht Ihre Verstauchung ist. Suchen Sie einen Arzt sobald wie möglich. Weil es die beliebteste Methode zur Behandlung einer Verstauchung ist, wird der Arzt Sie wahrscheinlich sagen, den Rest des PRICE folgen Verfahren nach Ihrem Besuch. Allerdings, wenn es eine ernste Verstauchung ist, stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Befehl vollständig folgen. Entspannen Sie Ihre Knie Innerhalb der ersten 48 Stunden, das Wichtigste für Sie für Ihre Knie zu tun ist, es ruhen. Dadurch wird die Band Zeit geben, um zu heilen und sich selbst zu reparieren. Ihr Arzt wird Ihnen sagen, wahrscheinlich aus der S zu bleiben, so viel wie möglich in den Tagen nach der Verletzung. Um dies zu erreichen, kann Sie Ihnen Krücken geben zu verwenden. Ihr Arzt kann auch eine Schiene oder eine Klammer empfehlen, wenn Sie fragen halten Sie Ihre Knie immer noch in den ersten Tagen nach der Verletzung haben. Eis Ihr Knie In den ersten Tagen sollten Sie Ihre Knie Eis zu Entzündungen und Schmerzen lindern. Eiswürfel oder zerstoßenes Eis in einem verschlossenen Plastikbeutel oder einen Beutel mit gefrorenen Gemüse aus dem Gefrierschrank nehmen. Wickeln Sie die Tasche in ein Handtuch oder ein Tuch. Setzen Sie den Eisbeutel auf dem Knie für 20 Minuten zu einer Zeit. Sie können vier bis acht Mal pro Tag wiederholt werden. Eis Ihr Bein nicht mehr als 20 Minuten zu einer Zeit. Sie könnten kalte Verletzungen oder Erfrierungen verursachen, wenn Sie tun. Sie können auch eine kalte Kompresse anstelle von Eis verwenden. Sie sollten 48 Stunden oder bis die Schwellung geht nach unten Behandlung von Knie mit Eis weiter. Komprimieren Sie Ihre Knie. Damit reduzieren Schwellungen, sollten Sie sie Knie in den Tagen nach der Verletzung zu komprimieren. Sie müssen Ihre Knie mit einer elastischen Binde oder Band zu wickeln. Wickeln Sie die Binde fest genug, um zu unterstützen, Ihre Knie und halten Sie sie bewegt. Stellen Sie jedoch sicher, dass Sie es nicht wickeln, so eng, dass es den Kreislauf abschneidet. Nehmen Sie den Verband aus, während Sie schlafen. Dies gibt dem Blut in Ihrem Kniezeit zirkulierend frei und Ihre Knie wird wahrscheinlich nicht viel bewegen, während Sie schlafen. Sie können die Kompresse aus nach 48 Stunden in Anspruch nehmen können. Wenn Sie Knie noch geschwollen ist, jedoch kann Ihr Arzt Ihnen raten, es zu halten, zu komprimieren. Heben Sie Ihre Knie wund. In den Tagen nach der Verletzung, sollten Sie Ihr Bein so weit wie möglich zu erheben. Versuchen Sie, Ihre Knie über dem Niveau des Herzens zu halten, den Blutfluss und Schwellung auf Ihre Knie zu verringern. Lehnen Sie sich zurück oder legen sich auf den Rücken. Legen Sie zwei oder drei Kissen unter Ihrem verstauchten Knie zu heben es über dem Herzen. Die Menge, die Sie benötigen, um Ihre Knie zu heben auf Ihre Umgebung ab. Wenn Sie oben sitzen, können Sie mehr Kissen benötigen, als wenn Sie zur Festlegung. Die Anwendung zusätzliche Behandlungsmethoden Erwärmen Sie nach 72 Stunden. Nachdem Sie mit dem PRICE gesorgt Ihr Beinhabenverfahren für 48-72 Stunden können Sie beginnen, ein paar zusätzliche Behandlungen zu integrieren, die Ihre Knieschmerzen helfen und bessere Schwellung. Verwenden Sie ein Heizkissen oder heiße Kompresse auf Ihrem Knie, Steifigkeit und Schmerzen zu lindern. Bewerben Wärme für 20 Minuten, viermal pro Tag oder nach Bedarf. Dies wird helfen, die Muskeln in Ihrem Knie lockern, die Sie für die drei Tage wurden erhitzen vor Ruth. Sie können auch Wärme an das Knie in einer Sauna, Verlipol, heißes Bad oder Verlipol gelten. Nicht erhitzen, bevor 72 Stunden vergangen sind. Sie werden tatsächlich mehr schaden als nützen, wenn Sie zu schnell erhitzen. Die erhöhte Durchblutung in Ihrem Knie, während es noch zunächst Heilung ist, kann sie Bluten oder Quellen mehr bewirken. Nehmen Sie orale Schmerzmittel. Während Sie sind Heilung, über die Medikamente zähler Schmerzen können Ihnen helfen, die Schmerzen beteiligt verwalten. Sie können Ibuprofen oder Paracetamol gegen die Schmerzen nehmen, wenn Sie erleben, die zu viel ist für Sie ohne Medikamente zu behandeln. Fragen Sie Ihren Arzt für verschreibungspflichtige entzündungshemmende Medikamente, wenn der Schmerz und in Knieschwellung vorweilt länger als eine Woche. Probieren Sie topische entzündungshemmende Krems. Wenn Sie nicht über die orale Schmerzmittel nehmen wollen, gibt es einige aktuelle Krems, die mit dem Schmerz helfen können. Sie können Krems mit Ibuprofen aus der Apotheke kaufen. Diese Methode wird am besten, wenn Sie weniger Schmerzen haben, weil die aktuelle Version von Ibuprofen nicht so viel von der Droge in Ihrem System zu erhalten, so kann es nicht auf starke Schmerzen arbeiten. Es gibt noch andere Krems, die nur auf Rezept erhältlich sind. Fragen Sie Ihren Arzt, wenn Sie denken, es könnte eine Option sein, die Sie möchten, um zu versuchen. Vermeiden Sie Alkohol. Während Sie wiederherstellen, sollten Sie keine alkoholischen Getränke trinken. Dies gilt vor allem in den ersten Tagen, nachdem Sie verletzt werden. Alkohol kann die Heilungskräfte des Körpers zu verringern. Es kann auch eine Entzündung und Schwellung zu fördern. Fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie Alkohol trinken beginnen wieder. Sie wollen sicherstellen, dass Ihr Knie genug verheilt ist, dass Sie nicht Ihre Erholung abzuschrecken. Die Rehabilitierung Knie Mach Übungen Sobald Sie genug geheilt zu beginnen, Ihre Knie wieder in Bewegung, kann Ihr Arzt Ihnen Übungen geben Ihnen die Mobilität in Ihrem Knie zu helfen zurück. Die Übungen werden sollen Steifigkeit verhindern zu helfen, Stärke zu erhöhen, Beweglichkeit zu verbessern und die Flexibilität der Gelenke des Knies zu erhöhen. Sie können bestimmten Übungen, die auf Gleichgewicht und Kraft konzentrieren. Sie müssen sie mehrmals am Tag zu verbessern, im Laufe der Zeit zu tun. Die Art der Übungen und die Höhe der Zeit haben Sie sie auf dem Ausmaß Ihrer Verletzung zu tun, hängt davon ab. Sie können mehr benötigen, wenn Sie Ihre Knie stark verstaucht. Fragen Sie Ihren Arzt, wie lange sollten Sie Ihre Übungen zu machen. Nehmen Sie physikalische Therapie, wenn nötig. Wenn Ihre Verletzung war wirklich schlecht, müssen Sie mit einem Psychotherapeuten arbeiten oder für eine kleine Weile nach der Verletzung zu Hause Physiotherapie tun. Dies ist in den meisten Fällen nicht üblich, aber es gibt einige Fälle, in denen dies erforderlich ist, um vollständig die Kniebänder zu heilen und das Knie in seinen früheren Zustand zurückzukehren. Die Übungen, die Sie tun, der Verletzung abhängen, aber Sie sind mit Steifigkeit zu helfen, reduzieren den noch immer bestehenden Schwellung und senden Sie Ihre Knie auf seine volle Bewegungsfreiheit ohne Schmerzen. Steigen Sie langsam Aktivität. Ein paar Wochen nach der Verletzung, kann Ihr Arzt Sie zu Ihrem normalen Alltag vorschlagen, ohne die Unterstützung von Rebs, Krücken oder Klammern zurück. Wenn dies geschieht, ist es wahrscheinlich, dass Sie wird vorschlagen, nehmen Sie es einfach auf den ersten Ihre Stärke zu testen, Flexibilität und Beweglichkeit nach Ihrer Verletzung. Wenn Sie keine Schmerzen auftreten, können Sie zu Ihrem normalen Aktivitätsniveau zurückgehen, einschließlich Sport und andere körperliche Aktivitäten. Holen Operation, wenn nötig. In seltenen Fällen kann Ihr Arzt entscheiden, ist es notwendig, dass Sie eine Operation haben. Eine der wichtigsten Gründe für die Operation ist Ihr vorderes Kreuzband, Ackl, zu reparieren, die das Band in Ihrem Knie ist, das es hin und her hilft bewegen. Da es ein so integraler Band ist, wenn Sie reißen, reißen, oder diesen Muskel verletzen, muss es möglich, in der besten Art und Weise behoben. Es ist sogar noch häufiger für Sportler Operation an der Ackl benötigen, eine Rückkehr zur vorherigen Bewegungsbereich und Stärke zu gewährleisten. Sie können auch operiert werden müssen, wenn Sie mehr als ein Band im Knie verletzt. Es kann auch schwierig sein, für Ihre Bänder sich auf eigene Faust zu reparieren. Chirurgie ist in der Regel der letzte Ausweg. In den meisten Fällen alle anderen Methoden werden zunächst versucht, vor der Operation selbst als Option betrachtet wird. Symptome Symptome einer Knieverstauchung variieren an Abhängigkeit von dem spezifischen Band, das zerrissen wird. Acklverstauchung Ein Pop in Ihrem Knie im Moment der Verletzung Signifikante Schwellung Knie innerhalb weniger Stunden nach der Verletzung Schwere Knieschmerzen, die Sie von weiteren Beteiligung an Ihrem Sport verhindert Schwarz-Blaue Verfärbung um das Knie Knieinstabilität, das Gefühl, dass Ihr verletztes Knie wird schnaller oder geben Sie heraus, wenn Sie versuchen, zu stehen. PCL-Verstauchung Mildknieschwellung, mit oder ohne Knieinstabilität Mildschwierigkeit bei der Bewegung des Knies Leichte Schmerzen an der Rückseite des Knies, die sich verschlechtert, wenn Sie knien. MCL-Verstauchung Knieschmerzen und Schwellungen Knie nach außen knick Ein Bereich der Weichheit über den zerrissenen MCL, an der Innenseite des Knies LCL-Verstauchung Knieschmerzen und Schwellungen Knie nach innen knicken Ein Bereich der Weichheit über den zerrissenen LCL, an der Außenseite des Knies Diagnose Ihr Arzt wird genau wissen wollen, wie Sie Ihre Knie verletzt, er oder sie wird fragen. Die Art der Bewegung, die die Verletzung, plötzlichen Stopp, Drehen, Schwenken, Hyper-Extensionen, direkter Kontakt, verursacht Ob sie fühlte sich ein Pop in Ihrem Knie, wenn die Verletzung passiert ist Wie lange es dauerte, Schwellung erscheinen Ob schwere Knieschmerzen Sie sofort nach der Verletzung pausieren Ob Ihr Knie spürte sofort unsicher und konnte nicht ein Gewicht tragen Der Arzt wird untersuchen beide Knie, Ihr verletztes Knie mit Ihrem Heil-An-Vergleich Während dieser Prüfung wird der Arzt Ihre verletzten Knie auf Anzeichen einer Schwellung überprüfen, Deformitäten, Zärtlichkeit, Flüssigkeit im Rinneren des Kniegelenks und für Färbungen Wenn Sie nicht zu viel Schmerzen und Schwellungen haben, wird der Arzt Ihre Kniebewegungsbereich zu bewerten und gegen die Bänder ziehen Ihre Stärke zu überprüfen Während der Prüfung werden wiegen Sie Ihre Knie und der Arzt wird sanft nach vorne ziehen oder schieben rückwärts auf dem Unterschenkel, wo es das Knie trifft Wenn Sie die Ergebnisse Ihrer körperlichen Untersuchung vorschlagen, dass Sie eine erhebliche Knieverletzung haben, werden Sie diagnostische Tests benötigen, um Ihre Knie zu bewerten Dazu kann auch die Standardröntgenstrahlen für Bentrennung von Knochen oder Bruch zu überprüfen Tests können auch eine Magnetresonanztomographie, MRT, oder kamerageführte Knieoperation, Arthroskopie, umfassen Erwartete Dauer Wie lange ein Knieverstauchung dauert, hängt von der Arte der Knieverstauchung, die Schwere der Verletzung, Ihr Rehabilitationsprogramm und die Arten von Sportarten, die Sie spielen Im allgemeinen Milde Grad I und Grad II MCL oder LCL Verstauchungen innerhalb von 2 bis 4 Wochen heilen, aber auch andere Arten von Knieverstauchung kann 4 bis 12 Monate in Anspruch nehmen Verhütung Um zu verhindern, sportbezogene Knieverletzt, können Sie Aufwärmen und dehnen, bevor Sie an sportlichen Aktivitäten teilnehmen Übungen Sie die Beinmuskulatur um das Knie, vor allem die Quadrizeps zu stärken Vermeiden Sie plötzliche Anstieg der Intensität des Trainingsprogramm Stecken Sie sich zu hart, zu schnell Erhöhen Sie Ihre Intensität allmählich Tragen Sie bequeme, unterstützende Schuhe, die Ihre Füße passen und passen Sie Ihren Sport Wenn Sie Probleme in Fußausrichtung haben, die das Risiko eines verdrehten Knie erhöhen kann, fragen Sie Ihren Arzt über Schuhanlagen, die das Problem beheben können Wenn Sie Fußball spielen, fragen Sie Ihren Sportmedizinarzt oder athletischer Trainer über bestimmte Arten von Schuhplatten, die helfen können das Risiko von Knieverletzungen zu reduzieren Wenn Sie Ski fahren, benutzen Sie Tumor-Release-Bindungen, die ordnungsgemäß installiert und eingestellt werden Stellen Sie sicher, dass die Bindungsmechanismus in gutem Zustand ist und dass Ihre Stiefel und Bindungen sind kompatibel Behandlung Wenn Sie einen Grad I oder Grad II Knie verstaucht haben, wird Ihr Arzt wahrscheinlich empfehlen, dass Sie die Reißregel folgen Legen Sie das Gelenk Heißt den verletzten Bereich zu reduzieren Schwellungen Komprimiert die Schwellung mit einer elastischen Binde Eleviert den verletzten Knie Ihr Arzt kann Ihnen vorschlagen, dass Sie eine Kniestütze für eine kurze Zeit tragen und dass Sie nehmen einen nicht-steroidalen Antihalmatikum, MSAID, Schmerzen zu lindern und Schwellungen lindern Als er nach und nach Schmerzen im Knie geht weg, wird Ihr Arzt ein Rehabilitationsprogramm verschreiben die Muskeln um das Knie zu stärken Dieses Programm soll dazu beitragen, Ihr Kniegelenk zu stabilisieren und zu verhindern, dass Sie es wieder zu verletzen Wenn Sie einen Grad III Knie verstaucht haben oder wenn mehrere Bänder verletzt sind, hängt die Behandlung von der spezifischen Art von Verstauchung Grad III Akle oder PCL Verstauchung Ihr Bänder ist rekonstruiert Verkonstruiert chirurgisch können entweder ein Stück Ihr eigenes Gewebe, Autologe, oder ein Stück Spendergewebe, Olograft, verwendet wird Fast alle Knie-Rekonstruktionen verwenden kamerageführte, arthroskopische, Chirurgie Grad III MCL Verstauchung Diese Verletzung in der Regel behandelt wird konservativ mit Reis, SAIDs und physikalische Therapie In bestimmten Fällen eine zerrissene MCL zu reparieren kann ein chirurgischer Eingriff verwendet werden Grad III LCL Verstauchung In einem schweren LCL Verstauchung, die Bänder ist oft chirurgisch repariert Gleichzeitige Verletzung mehrerer Bänder Ihr Arzt wird die verschiedenen chirurgischen Optionen zu diskutieren Rufen Sie, wenn Sie einen Profi Wenn Sie Ihr Knie verletzen, rufen Sie Ihren Arzt eine dringende Auswertung, wenn das Knie zu beantragen Wird sehr schmerzhaften oder geschwollen Das Gewicht kann nicht ertragen Man fühlt sich, als ob es knickt oder geben Prognose Etwa 90% der Menschen mit Akelverletzungen und 80% mit BCL Verletzungen können eine vollständige Genesung nach der richtigen Behandlung erwarten und eine gute physikalische Therapieprogramm Fast alle MCL Verstauchungen und die meisten LCL Verstauchungen haben eine exzellente Prognose Als Komplikation langfristige, einige Menschen mit Akel oder PCL Verstauchungen schließlich Schmerzen von Arthrose im verletzten Kniegelenk entwickeln Dieses Symptom kann erst 15 bis 25 Jahre nach der ersten Knieverletzung zu starten